hi ebike tuner wir haben gerade das neue giant system rein bekommen 2021 mit dem evo display und dem ride control 1 das hat sich nicht geändert das ist gleich geblieben nur das display ist jetzt dazu gekommen und es gefällt mir richtig richtig gut es ist scharf und hell und sieht auch echt gut aus dass da schalte ich die stufen hin und her oder die daten kann man auch hin und her anzeigen lassen also ich bin da echt dass jedes gemacht haben hatte ich nicht erwartet bin ich mal gespannt auf hi bike was sie dann raus bringen also hier ist noch das neue neon daneben ist noch mal größer und dicker das gefällt mir sehr gut ich habe auch gerade mich mit der ride control app verbunden da stand dann oben links noch ein bluetooth zeichen aber man kann leider nicht die navigation hier anzeigen lassen dass ich dachte das wird dann so sein aber leider nicht das heißt man muss dann immer noch aufs handy gucken kommen wir zum motor der motor ist gleich geblieben die schrauben sind alles praktisch gleich geblieben und hier gibt es eine neue abdeckung die finde ich richtig gut kein gummi mehr hier rein und natürlich neuer anschluss für den 625 watt stunden akku ich glaube das wird richtig eklig hier ein tuning chip einzubauen da müssen wir uns was einfallen lassen und ein video machen also danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal